Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Tamaulipas in Mexiko. Wir haben den dritten Tag und wir haben tatsächlich überlebt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal eine Folge machen darf, aber bisher gibt es uns noch. Wir haben den Angriff der Estados del Atlantico soweit überstanden, wenn auch sehr knapp und noch ist es nicht vorbei. Sie greifen weiter in unserer Hauptstadt an, aber inzwischen hatte ich genug Zeit, alle meine Kräfte nach Süden zu bringen. Sie wollen auch jetzt hier irgendwo vermutlich landen, aber das werden wir auch abwehren mit diesen drei Infanteristen. Und ja, wir haben tatsächlich überlebt. Es war eine sehr, sehr knappe Kiste und viel davon lag daran, dass sie unsere Festung angegriffen haben in Sotolamarina und nicht nur unsere Hauptstadt, was uns extrem viel Zeit gegeben hat und ihnen sehr hohe Verluste. Das war wirklich eine sehr knappe Geschichte. Wir hatten ja zum Glück eine Level 2 oder fast Level 2 Festung in Sotolamarina, die wir von Anfang an gebaut hatten. Und die hat erstaunlich lange ausgehalten. Und das war, da war ich selbst überrascht von, sechs oder sieben Angriffe hat die überstanden, also sechs oder sieben Ticks an Angriffen hat die überstanden, bevor sie ganz weg war. Und die Verluste waren halt extrem für die Estados in der Zeit. Und das ist natürlich dann super für uns gewesen, weil dadurch wurde ihr Militär deutlich verkleinert und es hat vor allem uns Zeit gegeben, mehr Truppen reinzubringen. Und dadurch hat die Provinz die ganze Zeit überlebt, was wunderbar ist. Und erst danach haben sie erkannt, dass sie einfach unsere Hauptstadt angreifen könnten, wo keine Festung drin war. Aber natürlich war dann genug Zeit da gewesen, dass ich einfach Truppen hinbringen konnte. Es wurden auch nochmal weitere Panzerwagen fertig, Kavallerie wurde fertig. Und damit haben wir auch unsere Hauptstadt gehalten, die jetzt inzwischen auch eine Festung hat, fast. Die ist in 40 Minuten fertig. Aber ja, das war einfach extrem schlecht ausgeführt von denen. Hätten sie einfach unsere Hauptstadt direkt angegriffen, hätten wir gar keine Chance gehabt, weil da war gar keine Festung drinne von Anfang an. Das heißt, wir hätten da niemals verteidigen können, wir hätten unsere Hauptstadt verloren. Und dann hätte ihnen der ganze Rest unserer Gebiete freigestanden. Sie hätten einfach unsere Festung umgehen können, aber haben sie nicht gemacht. Mit ihrer drückenden Überlegenheit und dafür haben sie jetzt bezahlt. Ja, das ist einfach so, wie das eben laufen kann, diese frühen Runden. Wenn man da nicht aufpasst, läuft man in die Festung rein und dann ist man einfach dann tot. Und ja, somit werden wir jetzt wohl gewinnen. Ich gehe zumindest davon aus, das dürfte hier alles sein, was sie noch haben. Hier unten ist noch ein Panzerwagen und eine Infanterie, aber die werden angegriffen von Yucatan, denn die schicken uns tatsächlich auch Support, den wir gar nicht mehr so wirklich brauchen. Aber ich habe mal Ja gesagt, wir werden diese Provinz auch bekommen. Also keine Sorge, das wird alles unser sein. Haben wir uns auch verdient, glaube ich, aber sie helfen uns einfach nur mal, um geholfen zu haben. Und ja, ich denke, wir werden vermutlich dann morgen spätestens in die Offensive gehen und hier einmarschieren, sobald wir nicht eben frei sind hier. Ich muss noch ein bisschen schauen. Wir haben ja noch die KI hier oben. Da haben wir zum Glück auch uns relativ gut geschlagen. Wir haben sowohl Monterrey erobert als auch Miguel gehalten, was ja wichtig war. Wir haben auch die Revolten verhindert. Von daher bin ich da extrem zufrieden mit. Und ja, wir werden dann noch diese 3000 vermutlich wieder da hinschicken, um so ein bisschen zu verteidigen. Die haben nicht viel übrig. Hier sind noch 2000 Infanterie, glaube ich, drin und da drüben nochmal irgendwie 3000. Also das ist keine große Bedrohung, aber die könnten trotzdem hier einmarschieren, theoretisch. Und das möchte ich nicht. Aber ja, es sieht so aus, als hätten wir uns zumindest die ersten paar Tage jetzt erkauft. Also mit Blut tatsächlich. Wir werden wohl noch kurz existieren. Wir werden sehen, was passiert. Bisher haben wir das Glück, dass noch nicht so viele Leute hier sind. Die USA sind ganz gut bevölkert. Hier oben ist eine Player Nation, hier drüben. Aber um uns herum wirklich nur die Estados. Das ist eine ganz gute Sache. Und ja, da werden wir wohl nochmal ein bisschen Zeit haben. Noch mal ein blaues Auge und wir kommen davon. Und wir können hoffentlich jetzt uns wieder aufbauen. Das wird ein paar Tage dauern. Die Verluste waren hart. Das ist auf jeden Fall schwierig. Und sollte jetzt irgendjemand hier beitreten oder Textas erkennen, dass wir geschwächt sind, dann wird es schwierig. Aber aktuell bin ich sehr zufrieden. Und ja, also ich werde jetzt hier oben dann die KI ausräuchern. Und dann werden wir hier unten diese freien Provinzen einnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass die Estados der Atlantik jetzt auch inaktiv werden. Das ist einfach ein zu großes Desaster für die. Das ist nicht mehr wirklich comebackable. Also da jetzt auch Yucatan da landet, wird das vermutlich auch dann Geschichte sein. Der ganze Versuch. Und dann werden wir da eine freie Fahrt haben. Da wir schon Tag 3 haben, werde ich auch damit beginnen, jetzt bald mal ein bisschen mehr Infrastruktur zu bauen. Also Eisenbahn eben dann ab morgen. Oder ab übermorgen beziehungsweise. Aber auch Häfen wäre nicht schlecht. Ich glaube, wir haben noch keinen Hafen im Bau. Ne, genau. Es wird Zeit für den Hafen auf jeden Fall. Ich muss mal schauen. Obwohl wir Schiffe gar nicht so dringend brauchen. Wir haben nicht wirklich viele Gebiete, wo Schiffe wichtig werden. Also, oder beziehungsweise wo Artillerie es nicht sein könnte. Deshalb denke ich, werden wir auf Schiffe zunächst mal sogar verzichten können. Und dann einfach einen Hafen bauen vielleicht hier unten in der doppelten Fischprovinz. Das würde sich ja mehr anbieten. Weil wir werden später noch viel Marine brauchen für dann die Karibik und für den Pazifik. Aber aktuell sind Schiffe gar nicht wichtig. Und wie gesagt, wir sind so runtergekämpft. Wir haben fast gar nichts mehr übrig. Wir werden auf jeden Fall erstmal Artillerie brauchen und Infanterie. Genau. Das heißt, ja, ich werde unsere Infrastruktur ein bisschen aufrüsten, aber nicht übertreiben. Und vor allem primär darauf gehen, dass wir einfach eine bessere Produktion bekommen und mehr Infanterie. Wir haben jetzt ein ganz großes Plus an Getreide, dank der ganzen Verluste, die wir hatten. Wir müssen ja kaum mehr Leute ernähren. Von daher, ja, da passt das doch. Also ja, wir leben noch. Noch mal schauen, wie lange das hält. Und ich würde sagen, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, sehen wir uns in der nächsten Folge.